Was bringt mir das? So'n Arsch. Haben ja eben fast drei Türme kaputt gemacht, ne? Die ganzen Skelette. Die Schatten lockten. Ja, mal gucken, was jetzt hier so ist. Aber jetzt bauen die sich bestimmt wieder komplett neu auf. Ja, dann... Äh, viel Spaß. Achso, die sind jetzt natürlich auch alle da. Ah, was ist gut. Guck mal, die kriegen das sogar hin zu dritt. Ja, ich weiß es nicht. Werde ich jetzt immer so hart angerufen? Da kann ich ja selber gar nicht mehr angerufen. Weiß ich nicht. Mal gucken, ne? Ich mach gar keine neuen Gebäude. Wo soll mein Blut vergossen werden? Ich gehorche mit Freuden. Hm. Mal gucken, was Verhängnis ist. Markiert eine Zieleinheit für die Manifestation eines Dämons. Die betroffene Einheit kann keine Zauber wirken und nimmt 40 Punkte Schaden pro Sekunde, bis sie stirbt. Nach ihrem Tod steigt ein großer Dämon aus ihrem Leichnam empor. Verhängnis kann weder gebannt noch beendet werden. Alter. Das will ich sehen. Hm, das hört sich ja ganz super an. Das ist bestimmt so ein... Wie heißen die noch, diese komischen... Kakerlake. Nein, Kakerlaken kann ein anderer. Das heißt doch Kakerlake. Och, Gott. Ich beuge mich eurem Willen. Ich weiß jetzt nicht, soll ich jetzt angreifen oder was? Klar. Die rastlosen Toten warten. Da ist ein Akolyt bei. Mann, du Spasti. Ich hab grad Spasti gemacht. Der eine Soltat... Soltat. Ist auch voll gut. Ja. Gut, dass ihr mitkommt, ne? Der Soltat bringt voll das gute Resultat. Seid jetzt hier. Schaff ich bestimmt. Das ist so lustig, ja. Das ist so ganz toll lustig. Mein Fuß ist eigentlich schlafen und alles gut. Alter, guck mal, das ist alles weg. Da stand ein Turm und zwei Einheiten und die drei Skelette haben das weggekriegt. Das ist ja cool. Die sind voll gut. Die sind voll gut. Da kannst du dir wieder so eine Rolle kaufen. Oder hier kannst du dich heilen gehen, deinen Soltat. Ja, nur ein Soltat, das dauert mir zu lange. Oh, dann bist du nett, ey. Was, dann bin ich hibbelig, weil mein Fuß eingeschlafen ist. Ich bin hibbelig. Meintest du, ne? Ja. Attacke. Ja. Niemand darf überleben. So, jetzt mach ich mal ein Verhängnis hier. Was? So einer. Oh. Heftige Fähigkeit. Wir werden angegriffen. Jetzt übernehmen noch ein paar Einheiten, dann haben sie gar nichts mehr. Hahaha. Ja, aber ich hab auch nichts mehr. Oh, und ich hab auch was vergessen. Voll heftig das Dämon, ey. Ich tu was. Ich tu was. Ich tu was. Alter, von allen Seiten werde ich hier bombardiert. Ja, sind auch voll gesprengt die Einheiten. Ja, ich finde mich nicht. Nein. Äh. Ich will irgendwie wieder gehen. Gefällt mir ja nicht. Mach das. Echt? Lass den Dämon da und geh. Aber warum? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ich bin hier. Das war ja voll der Reinfall. Gar nicht. Ich hab mich kaputt gemacht. Bis ich wiederkomme ist es wieder da. Was kann er? Er kann ein bisschen was. Stampfen. Alter. Er hat den Ghoul damit getötet. Verkrüppelt. Ja, verkrüppelt irgendwie. Nein. Er hat sich selbst verkrüppelt. Ja. Er hat vielleicht auch gewartet bis er zurückgeblieben ist. Ich bin hier. Aha. Alter, du hast voll viele Einheiten. Du kannst jetzt schon wieder losgehen. Klar, guck dir was machen da. Ja, aber wenn ich wieder so ultra angegriffen werde. Du gehst jetzt einfach mit denen die jetzt angehauen sind zum Heilbrunnen und dann machst du die platt. Forschung abgeschlossen. So funktioniert das. Ich erwarte euren Rat. Da. Er hat den zurück mitgelaufen. Nee. Das ist die Streitmacht der Schreckenslots darf nicht entkommen. Das ist die Streitmacht der Schreckenslots. Hat drei Einheiten. Ähm. So. Hä? Guck mal wie wenig das sind. Naja, ich hör immer auf Johannesburg, weil der hat voll Ahnung. Ja. Natürlich hat sie gesagt. Darum hab ich ja auch gewonnen beim Hündenspinnen bei Warcraft. Ja. Ein Buch. Das war so nett. Aber ich, ich gönn's ihm, ne. Ich gönn's ihm neben dem. Tu allein. Oh. Mehr Gold erforderlich? Ich glaube du spinnst. Was ist eigentlich, wenn du keine Goldmine mehr hast, dann musst du da links zu der Menschenstadt? Ich bin abgeschossen. Haha. Nein, da ist auch eine. Oh. War komisch, ne? Also drumrum, um Burg. Sachen. Haha. Um Burg? Ja, du bist ja grad in einer Burg. Echt? Ja. Cool, ich bin in einer Burg. Oder in einer Festung. Oder in einem. Etwas, das mit einer Mauer drumrum gerandet ist. Wie du's nennen möchtest. So. Fertig. Auf die Platze. Fertig. 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 Penis. Ey, guck mal, sie geläufeln von hinten an. Ey, das ist ja mal geritzt. Heißt das so? Ich mach wieder ein Verhängnis. Ja. Auf den fetten. Ne, aber der greift nicht an. Egal, mach. Mach. Jetzt. Ja, jetzt. Ja, Mann. Ja, Mann. Da kommt ein bisschen Dimm raus. Alter, jetzt. 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 Da. Boom. Ohohohohoho. Heftig. Oh, wir werden angegriffen. Alter, ich dachte ich werde jetzt immer so heftig angegriffen. Das ist ja voll einfach. Das ist nur das erste Mal. Das stimmt. Ey, ich übernehme mir einen Akolyten und baue eine Unterunstatt. Hahaha. Aber einen Akolyten übernehmen ist cool. Das geht nicht. Nicht? Ey, nein. Dann könnte man ja einfach... Ja, einen Akolyten geht, weil du eh ein Untotengebäude hast. Aber einen Arbeiter nicht. Hätte ich aber gern mal ausprobiert. Das ist bestimmt so ein Bug. Damit man so cheat. Hätte ich auch super gerne ausprobiert. Super gern. Natürlich. Erst mal voll gelangweilter. Ich schaff das doch schon wieder nicht, oder? Weil die nicht mitarbeiten. Klar schaffst du das. Okay, hier hast du jetzt tot. Tötet die Emporkömmlinge in Dessaroks Namen. Aber hier sind so viele Türme auf einmal, ey, das macht. Ja, er macht die Türme kaputt und nicht nen Friedhof. Ja, aber... Ja. Und übernehmen paar Makas und so, dann ist das alles easy. Ja, wollte ich... Ich hätte den Fetten übernehmen sollen und den Dämon aus irgendwas anderem machen. Ja, stimmt. Ich hab' aus dich gehört. Und das war schlecht. Wie immer. Ich hab' gesagt, du schaffst das jetzt und du schaffst das jetzt auch. Ja. 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 Ey. Mitmachen hier. Keiner drückt sich. Ich bin hier. Und wozu bezahlen wir euch nicht? Ja. 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 Gut, dann haben wir das jetzt ja geschafft. Aber hier unten ist ja natürlich auch noch Deathorock mit dabei. Ja, und das ist so eine riesige Stadt. Und ich muss das ja auch noch ganz kaputt machen. Mhm. Kannst ja machen, während du aufbaust mit den Einheiten, weil da ist ja nichts. Hä? Das ist gerade noch so ein Teil rausgekommen. Hä? Was jetzt schon kaputt ist? Rückzuuug! Ne, nehm die. Nehm die, um den Scheiß da kaputt zu machen. Was? Mehr brauchst du dafür nicht. Alter. Um die Menschen kaputt zu machen. Er macht schon wieder diese Fähigkeit! Mach ihn tot! Dann mach ich sowas. Wieder? Nein. Nur zwei Gargoyl-Treffen. Oh mein Gott. Und das ist nicht ausgebaut. Das war wieder einmal. Oh Gott. Oh Gott. Stirb. Stirb. Stirb, 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 stirb. So, jetzt kannst du ausbauen. Jetzt. 10? Ne, 110. Okay. Huiuiuiui. Ne, nehm die Skelette, um die Menschen statt kaputt zu machen. Bis die da ankommen. Na, nach dem fünftausendsten Mal funktioniert bestimmt. Ja, und dann stell ich fest, die sind da wieder voll aufgebaut und so. Wenigstens hat ja mit Akolyt dann immer viel zu tun. Alter, alles ist burning, ey. Die rastlosen Tonversachen. Make it burn, then. Zeig mir ein Sieg. Oh. Und was bringt mir das? Vampirauros, geilste Fähigkeit der Welt. Was macht die denn? Du und Leute um dich herum kriegen für den Angriff, den sie machen, Leben zurück. Die klauen halt Leben sozusagen mit jedem Schlag. Das ist ja superklasse. Das ist superklasse. Alter, voll die Skeleton Army da unten. Die jetzt weg ist. Die ist nicht mal bis zur Hälfte gekommen, aber... Ne? Muss man mal machen. Kannst du mal was anderes heilen? Das ist ein Scheißer. Danke. So, dann greife ich wieder an. Er ist jetzt ja auch grad geschwächt. Wo sind die Tussi hier hinten? Ich bin hier. Und was bringt mir das? Ich bin ganz hier. Mann, ihr sollt in ein Team, Mann. Ah, das geht nicht. Ihr seid in ein Team. Leidt ihr zu deinem Team. Jetzt! Es war doch! Ah! Jetzt! Jetzt! Ah. Hätte unendlich mehr dazu weiter gegangen. So. Die Matras kommt nicht durch. Ups. Es ist soweit. Jetzt musst du nicht mal heilen. Das ist cool. Was? Hi. Hallo. Mal sehen, wo man jetzt hier durch muss. Okay, wir haben das schon 50.000 Mal nachgemacht, wenn die das sagen. Ja, aber so noch nie. Das war witzig. Hahaha. Also lang. Mhm. Ja. Da da da. Was sagt der? Hier sind so Bäume. Schnups, schnups, schnups. Hier sind zwei Statuen, eine Lampe. Eine Lampe. So. Hallo, wir wollen hier ein bisschen angreifen. Ist das in Ordnung? Wir müssen ihre Streitmacht zurückschlagen. Was haben die da für ein Ungetüm? Nimm den Frostfim. Ja. Alter, ich kriege einen Frostfim. Jetzt mach Demo und jetzt mach Demo. Hast du schon. Cool. Aber Detherrock ist gleich tot. Egal, scheiß auf ihn. Nein. Dann mach Feuerregen, bevor er stirbt. Toll, ey. Warum haben die so viel Gargoyles? Kannst du das mal tellen, bitte? Ich wollte mich unter. Mann, das ist ja voll schwer. Egal, lass da einfach alle drauf gehen und mach neue. Super Taktik. Außer natürlich die Dunkle Lady. Die muss gerettet werden. Wo ist denn der Dämon hin? Tod. Was? Ja. Mh, 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 mh. Mh. Also bitte mal den Turm kaputt machen. Ne, weil wir in Einheiten. Ja, aber... Guck, der hat dir die ganze Zeit Schaden gemacht. Das hätte überhaupt nicht sein müssen. Jungs, jetzt kann ich Stille erleben. Mann, du... Ab die... Das musst du auf Detherrock oder wie er heißt. Ja, stimmt. Ey, guck mal. Heißt du eigentlich übersetzt Wüstenstein? Desert Rock. Nein, das ist nur eine Band in der Wüste. Achso. Sie machen Desert Rock. So wie Nirvana. Die spielen dann auch so auf Palmen und Kakteen. Und Sand. Haben eine Rasse mit Sand drin. Zurück! Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Aber du hast eigentlich was gemacht, ne? Ist gut. Und da warten ja immer schön neue Einheiten. Das ist sehr gut. Das ist gut. Ich sag mal so. Ein Pavian ist nicht gleich ein Schimpanse. Das stimmt, aber ein Schimpanse ist immer ein Pavian. Gab's nicht auch in Mathe so eine Regelung? Jedes Quad... Jedes... Jedes Quadrat ist ein Kreis, aber nicht jeder Kreis ist ein Dreieck. Ne? Nein, jedes... Jedes... Jedes Quadrat... Ha! Ha! Nö, jetzt hab ich auch keinen Bock mehr. Jetzt sag... Nö. Jedes Quadrat... Jedes Quader ist auch ein... Jedes Quader. Das ist schon ein guter Satz. Heißt das der Quader? Außerdem ist das falsch. Jedes Quadrat ist ein Viereck, aber nicht jedes Viereck ist ein Quadrat. So war der Spruch nämlich. Den fand ich... Quadrat! Bevor du in mein Viertel kommst, lies Berthold Brecht. So... Kuni, Berth... Ich hab ja Varimatras noch gar nicht. Ich muss noch warten. Okay! Erzähl doch mal, was hier alles bot. Schick mal zwei Guler los und lass dir die Gebäude... Zwei Rudel? Ne, hier, Gargoyl. Gargoyls? Gargoyls? Gargoyls. 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 Gu ist Gargoyls. Gargoyls, gewiss. Banshee! Mach mal so'n Lied drauf. Ja. Neh mich auf, lad dich hoch, ne? Wartet mal gut drauf. Gut drauf. Ganz lange. Für immer gut. Mann, Vary, wo bist du? Hopp, hopp. Manchmal nennen wir ihn auch so aus Spaß so Vario. Das findet der mal richtig witzig. Ja. Guck, das ist jetzt nämlich ein normaler Turm geworden, wie du gesagt hast. Ja, genau. Darum geht das nicht. Was ist... Ich hör aber auf dich, Mann! Mann, darum hab ich doch gesagt Gargoyls, damit du wieder wegfliegen kannst. Das sind Gargoyls! Ja, also Blizzard ist einfach wieder weg, und alles ist ok. Aber das sind doch Gargoyls! Die sollen in ein Team! Die sollen in ein Team! Die sollen in ein Team. Die sollen in ein Team! 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 Die sollen in dein Team! Die sollen in dein Team! In dein Team! In dein Team! 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 Willst du mich verarschen, Mann? Ich bin mit mir! Ah! Die sollen in dein Team! Die sollen in dein Team! Aber jetzt werde ich wahrscheinlich erstmal angegriffen und lauf genau in den Angriff rein und hab keine Türme. Hast keine Türme. Oh, wenn die mich hier oben angreifen wär's besser. Weil das sind Türme. Ja, stimmt. Und dann kannst du auch hinterher nicht mehr angreifen, weil die alle geschwächt oder tot sind. Vielleicht hätte ich doch noch andere Gebäude machen sollen und so starke Einheiten machen. Ja, kann sein, ne? Vielleicht so Ketapulte, die gut gegen Gebäude sind. Oder diese fetten Bestien, die auch ziemlich gut gegen Gebäude sind. Aber wir sind ja schlecht und Strategie wollen wir jetzt aus Prinzip nicht mehr. Stimmt, brauchen wir jetzt auch nicht mehr mit anfangen. Richtig. Ja, ja, wir haben's schon drauf. Was war das? Den Sound nachgemacht. Stimmt, hört sich genauso an. Ich hab's eigentlich gar nicht gehört, weil ich dachte so, es kam nochmal so, der Sound. Hi! Attack! The Block. Übernehmen, 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 übernehmen. Soll ich übernehmen sowas nicht? Niemand darf überleben. Da! Alter! Wieso so viel? Wenn wir die Probleme haben. Wenn der Held kommt, mach stille, mach stille, mach stille, mach stille. Scheiße. Ausrufezeichen. Tötet die Emporkömmlinge in Dessaroks Namen. Das ist ja voll schlecht. Denn er kann keine Fickkarte machen. Fickkarte? Du hast grad Fickkarte gesagt. Ja, genau. Oh Gott, ist das geil. Wie schnell das wieder aufgeht, ey. Alter Alarm. Ich hab mich nur gerade an Spider-Sex erinnert. Was? 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 Ich sag zu einer so, I believe I spider, ne? Weil das ja so ein geiles Englisch ist. Genau so wie, I don't get the door closed. Und dann hat jemand verstanden Spider-Sex. Was? Spider-Sex? Aus I believe I spider. Das ist so wie die Frau mit 1000 Volt. Ja. Nee, die Frau mit 100.000 Volt. Aber naja, die Frau mit 1000 Volt hat ihre einzige Waffe benutzt. Ihre Möse. Ach ja. Gut, dass ihr Friedhof kaputt macht. Warum baut der die ganze Zeit? Ja, weil er das nicht will. Kannst du schon wieder einen neuen Dämon machen und wieder übernehmen? Das sind Fragen, die ich kenne. Was ist das nochmal? Das sind Wörter, die ich kenne. Ja, aber die sind wir schon hier. Commander Keen. Commander Keen. Er fliegt durch die Lüfte. Ha. So wie Michael Jackson. Wie Peter Pan. Ja, ist doch dasselbe. Tief im Inneren ist Michael Jackson. War Michael Jackson Peter Pan. Ja, er ist nur wie bei Hook. Wieder zurückgekommen und ist damit erwachsen. Ja, wir labern dumme Scheiße. Das sind doch tolle Let's Plays. Ja, aber ich mein, das ist man ja wohl gewohnt von uns, oder nicht? Stimmt. Ja. Also wenn euch das jetzt erst auffällt. Ja. Entschuldigen tun wir uns dafür auch nicht mehr. Im Friedhof lass ich da in Ruhe. Das ist nett. Ne, dumm. Ja. Ja. So. Das hätten wir dann geschafft und das war wirklich das schwerste auf der Welt. Aber du musst jetzt noch alle Kleinigkeiten kaputt machen. Ganz schön langwierig. Ja, aber du musst jetzt noch diese kleinigen Kleinigkeiten kaputt machen. Wir hätten das auch ohne Schwierigkeitverringerung geschafft, wenn Varimatras nicht tot gewesen wäre. Wenn ich mich zurück... Ja. Hätte Teleportivitonisieren. Hätten können. Genau. Das Wort kennen wenige, weil das ist ein Fachbegriff. Er ist ganz langsam. Hahaha. Schwuchtel. Kämpft weiter, meine Kinder. Der Sieg rückt näher. So. Statt den Angriff. Was ist hier unten? HAAH! HAAH! Mach, äh, Feuerregen auf den Turm. Bist du etwa das eine ganz verrückte Gestalt geworden? So und dann. Die Menschen greifen mich ja nicht an. Das heißt, ich kann mit meiner ganzen Power die Menschen zerstören. Geil. Auch wenn dann noch ein paar Turm und sowas sein werden. Äh, ein neues Video von verrückter Stoff. Out now. Nichts zu bekommen bei iTunes und nicht bei irgendwas anderem. Nur YouTube. Und auch komplett scheiße. So. Feuerregen. Schneller, 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 schneller. So mega viel Holz und Gold, das geht gar nicht. So. Jetzt kann ich hier hin. Hey Leute! Alter! Ihr braucht nicht mehr warten! Hey! Heftige Invasion, ey. Was geht los da rein? Ihr braucht nicht mehr warten! Hey! Wie der Schatten wünscht. Hey Leute! Gut, für euch mach ich das nicht. Ihr seid zu wenig. Hey! Ihr geht hier hin und macht das. Nee, das ist ja nicht. Das ist nur noch ein ganz schwaches Hey. Oh, hast du das gehört? Das ist ein Blub gemacht. Ja, das ist ein Blub gemacht. Hast du das gehört? So düddim? B-b-b-b. Du holst auch die Holzhacken. Los! Und die Akkonyten auch. Nein, was ist wenn ich die dann noch brauche, weil ich jetzt sterbe? Ach! Wie willst du denn sterben? An einem Turm oder was? Unsere Goldmine ist fast erschrocken. So! Ja, du hast ja auch nur 2300. Dann mach ich mal schnell so. Dumm. Da. Schon wieder genau nochmal selbe. Ja. Aber diesmal schaffen sie es. Puh. Jetzt sterben sie aber am nächsten Turm, ne? Alter, hier ist ja nix. Ja. Aber trotzdem, das war ganz gut, dass man das so gemacht hat. Weil so haben einen die Menschen nicht angegriffen. Was? Das war ein Mördertrupp. Ja, aber... Ey, ne? Aber du hast gesagt, dass Fabi kam, wenn Weihnachten ist. Morgen. Morgen ist immer noch Weihnachten. Ach. Aber, ne? Ich fand die Taktik gut. Die Menschen haben ja nicht angegriffen, aber man hat es trotzdem eigentlich geschafft. Ja. Oh Gott. Ja, aber... Du hast es immer, wenn wir die Schwierigkeit verringern und man danach merkt, dass... Was? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Wie bitte? Ey, warum lebt der noch? Der Zauber wurde aufgehoben. Ist der Albtraum endlich vorbei? Großmarschall. Haltet ein, Menschen. Mit euch habe ich keinen Zwist. Was wollt ihr, Elfenhexe? Wir haben einen gemeinsamen Feind. Balnassar, der letzte Schreckenslord, beherrscht zur Zeit die Hauptstadt eures Königreichs. Wenn ihr mir helft, ihn zu töten, sorge ich dafür, dass ihr euer Land wiederbekommt. Warum sollten wir euch trauen? Ihr seid Teil der Geißel, die uns einst von dort vertrieben hat. Nicht mehr. Mich interessiert hierbei nur die Rache. Wohlan denn. Ich rufe den Rest meiner Truppen zusammen, dann treffen wir uns vor den Toren. Kommt schon. Ihr habt doch nicht wirklich vor, ihnen ihr Land wiederzugeben. Natürlich nicht. Die Menschen sind mir nur Mittel zum Zauber. Ihr hört euch mit jedem Tag, der vergeht mehr wie eine von uns an, Lady. Vorsicht, Schreckenslord. Vorsicht. Äh, jo. Es sind nicht mehr viele Level, aber es sind noch welche. Und sie gehen auch ziemlich lang, wie man merkt. Ja, aber ich fand das jetzt gar nicht so scheiße, bis auf dass wir das umsonst verringert haben. Wir sehen uns dann am Sankt-Nimmerleins-Tag. Wann ist der denn überhaupt? Wann ist der denn Aufcilluk? Wann ist der überСТ認為? Wann ist das FR-F-F in die